ein guter Schönen guten Morgen ihr da braucht ja heute ein Video also kein lustiges Kontrollen bis heute nichts gehen aber man hat es so die Dienste an die Städte und die Diener nur um nun damit die Erlacht eine Sache bis die um damit die Orte geht nicht umsonst so geht es und wie ich hier wieder das ist von meinem Vater 1 5 5 ich habe 1 mit 5 erläutig mit dem Mitglied auch so geht nun bei Ebay oder bei Amazon oder bei was auch immer irgendwas bestellt bis jetzt jetzt ein Pettel keine Ahnung rausgekommen PS4 ich habe gerade gesehen ein Junge ne ich weiß nicht der hat 1500 Dollar für für iPhone 5 du weißt ich nicht der hat iPad iPad 3 iPhone 4 und iPhone 5 hatte gekauft das einzige das originell und richtig war war iPhone 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 5 verschöpft das iPhone 5 oder iPhone 5s verliegen da sah man so dieser genau wie iPhone 5s aus nur der hat gesagt das war iPhone 5 keine Ahnung der war also auf jeden Fall richtig und die anderen 2 wisst ihr was er er die E-Bild Verkäufer ihm beim iPhone 5 beim iPad 3 gegeben haben ratet mal paar Stickers ein Kaugummi und irgendwas anderes und ne iPad ähm was andere Moment weiter Prozent 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 ich habe auch ein Prozent er war neu Prozent Prozent die Batterie werden die Maschinen Schicht die Spuren sie sind also der Leute hier die hier nicht reingemacht und einfach nur die Höhle für es ist ein gewalt ein gewalt und so möchte der jüngere Enttäuschung bei und die beiden waren die was die bereichung viel gemacht hat und mein Gott ein kaputtes um um das glas hier nur kaputt nix nix hier richtig ist so beginnt von hinterlässt nur so diese stücke nicht die Wunschung kaputt macht der Koppen Platz ist nur das in Kapitän und die Leute passt auf euch da draußen auf um die Welt ist einfach nur drausam vor nach dem Geld wenn ihr schon kaufen wollt dann geht im Laden im Laden könnt ihr gucken ob es auch in die Hand oder so ist okay Leute da die Schiffen macht ihr mit dem